Oh Mann! Gibt es nicht eine Vorschrift, die besagt, dass Helden wie ich eine andere Transportmöglichkeit nutzen dürfen? Jetzt hör mal, wenn du ein paar Gramm weniger hättest, dann wäre es für uns beide einfacher. Wir werden sterben! Gibt es nicht eine Vorschrift, die besagt, dass Helden mit Würde sterben sollen? Hör mal, du Flugente, was hat es für einen Zweck zu sterben, wenn man es nicht genießen kann? Oh Mann! Ohne meine Waffe fühle ich mich so nackt! Air Racer, maximiere! Stelle Kontakt zur Predacon-Basis her! Hm? Megatron, hier spricht Air Racer. Verstehen die Predacons das und der Waffenstillstand? Meine liebe Air Racer, ich bitte inständig um Verzeihung. Du warst zweifellos nur auf einer Routine-Patrouille. Ja, ich werde die Verteidigungsanlage sofort abstellen. Parameterverteidigung deaktiviert. Das ist schon besser. Ja, und ich bitte dich nochmals um Verzeihung. Aber du befindest dich nun mal im Predacon-Luftraum. Und im Sinne des derzeit herrschenden Friedens muss ich dich bitten, ihn sofort zu verlassen. Oh. Verstehe. Ja! Geschafft! Oh, und der Air Racer? Ja. Bitte nimm diesen Schädling auch mit. Mist!